Digga, wenn ihr ein Girl seid und ihr habt ein Date mit einem Typ und ihr steigt in ein Auto ein und das Lenkrad sieht so aus Red Flag, steigt aus, steigt sofort wieder aus Steigt sofort wieder aus, Bro Schmarmama, dankeschön für den First Time Prime Rennen zu schädel, gut Der Motherfucker packt dann eure Hand so und packt die auf den, auf den, auf den Schaltknüppel und sagt, willst du mal lenken, Baby, willst du mal schalten Und dann reißt er ja einen Arm ab, weil er denkt, er ist Formel 1 Fahrer Bruder Das sind genau die gleichen Motherfucks, die so eine fette Cloud-Maschine haben so einen fetten Vape und dann packen die so auf das Lenkrad ihre Vape und dann machen die so ein Bild beim Fahren Wie die da so einen fetten Vape haben, Alter Die genau die gleichen Leute sind Für real, für real Und zwölfjährige Freundinnen, immer so, immer so, in der Schule, immer so Shoutouts Marvel